Es ist in Deutschland, vielleicht auch woanders, aber Deutschland ist nun mal unser Heimatland, hat sich etwas entwickelt, wo in weiten Teilen der Respekt vor Menschen, von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmen einfach nicht mehr da ist. Danke, ja. Diese Menschen, empfinden Sie auch so, ja? Absolut. Die Menschen machen jeden Tag aufs Neue, riskieren sie ihr Vermögen persönlich, ihre Reputation jeden Tag aufs Neue. Und was sie dann kriegen ist, was wollt ihr denn eigentlich, ihr braucht zu viel Strom oder ihr habt zu viel Abwasser oder dieses oder jenes. Und dieser Respekt vor Menschen, die jeden Tag immer wieder aufs Neue etwas leisten, die Arbeiter ermöglichen, die sie auch ziemlich gut bezahlen, der ist irgendwie verloren gegangen. Das hat man nicht mehr, das gab es bei uns in meiner Generation, als ich jung war, gab es das nicht.